Über Japan ist eine physikalische Formel explodiert, E gleich mc². Die Gleichung stammt von Ihnen. 160.000 Tote. Bis jetzt. Die spezielle Relativitätstheorie wird in allen Bereichen der Physik benötigt. Und das wird sich auswirken auf Technik und Industrie. Ich schließe mich denen an, die die allgemeine Relativitätstheorie als die größte Leistung menschlichen Denkens über die Natur ansehen. Hast du schon einmal ans Weckgehen gedacht? So wie Flexner es dir geraten hat? Ihre Mission liegt in der Arbeit an ihrer einheitlichen Feldtheorie. Da bereitet sich eine Katastrophe vor. Gut, dass wir bald abreisen. Solange mir eine Möglichkeit offen steht, werde ich mich nur in solch einem Land aufhalten, in dem die politische Freiheit, die Toleranz und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz herrschen. Personal Princeton, du machst das Interview mit Einstein. Warum nicht ein Interview mit Jesus Christus? Forschungen für eine radioaktive Bombe. Sie selbst haben mit Ihrer Theorie das Fundament dazu gegeben. Japan hat die USA angegriffen. Wie weit sind wir mit den Forschungen für die neue Waffe? Die Spaltung des Atomkerns wird Energien freisetzen. Es sind Kräfte von unvorstellbarer Gewalt. Sagen Sie, wie weit seid ihr? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020